Liebe YouTube-Freunde, was läuft am Bauhaus heute Montagmorgen? Wir machen da Töpfe bereit, füllen die mit Aussaat Erde und in diese Töpfe kommen dann zwei Kürbissamen rein und die werden hier angezogen und dann circa Mitte Mai auf dem Feld gepflanzt. In diesem Jahr 814.000 Übernachtungen, knapp 15% weniger als im Vorjahr. Ihr Schweizer Josef Achtkarmann, früherer Chef der Deutschen Bank, ist von einem gerichtmöglichen Topmanager des Bankhauses. Ihnen wurde vorgeworfen, in einem Schadensatzprozess des früheren Medienunternehmens Leo Kirch gelogen zu haben.